Wir sehen schon auf dem Cover vom Katalog. Es wird weihnachtlich und Weihnachten ist ja so die Zeit des Entertainments. Man genießt Filme, man hört mal Musik, man hat einfach ein paar besinnliche Stunden, vielleicht auch in der Familie und da ist ein tolles Sounderlebnis unabdingbar. Und das finden wir hier auf dieser Seite 73, ein tolles Stereo-Lautsprecherpaar. Was das Besondere daran ist, abgesehen davon, dass wir uns eben gerade schon über den tollen Klang unterhalten haben, das verrät Ihnen Kasten. Ja, das ist also ein ganz interessantes aktives Stereo-Regal-Lautsprechersystem. Und das macht es natürlich sehr interessant für all diejenigen, die ihre Stereoanlage beispielsweise, ihren CD-Spieler, ihren DVD-Player, ihren Blu-Ray-Player, vielleicht bei den Teenagern auch mal eine Spielekonsole oder natürlich auch direkt den Fernseher, beispielsweise über einen digitalen Tonausgang, über einen sogenannten Tosslink, mal mit einem richtig guten Klangerlebnis kombinieren möchten. Wir kennen das alle, moderne Flachbildschirme haben beispielsweise das Problem, dass sie ein fantastisches Bild liefern, so ein 4K-UHD. Ist natürlich alles gestochen scharf, aber bei so einer Breite oder bei so einer Stärke eines solchen Fernsehers hat man keinen Resonanzraum mehr für entsprechende Boxen. Deswegen haben sich Soundbars durchgesetzt, die quasi zu diesem fantastischen hochauflösenden Bild auch das passende Klangerlebnis generieren möchten oder generieren können. Jetzt mag nicht jeder diese Röhren unter oder über dem Fernseher, sondern manch einer mag vielleicht dann doch lieber so ein klassisches Stereo-HiFi-System. Und genau deswegen haben wir dieses Pärchen hier für Sie im Programm. Es sind zwei Stück, die miteinander verbunden sind. Beide haben übrigens einen getrennten Verstärker für Bässe und Höhen, sodass Sie ganz einfach hier jederzeit Ihr maximales Klangerlebnis rausholen können. Und um das wirklich auch zu machen, nicht nur über Bässe und Höhen, können Sie jederzeit über die Fernbedienung zwischen Kinofilmen, zwischen Filmen, zwischen Musik und natürlich auch bei den Dialogen, zum Beispiel auch bei den Nachrichten oder auch mal bei einer Talkshow oder bei einer anderen Diskussionsrunde jederzeit entsprechend das Ganze einstellen. Sie kennen, glaube ich, das Problem, dass wenn dann irgendwann mal im Fernsehen eine Werbung kommt, die ist unglaublich laut, dann geht das Ganze wieder zurück in den eigentlichen Film. Es kommt eine Dialogsequenz und da hat man das Gefühl, man muss ständig lauter machen. Und auf einmal fährt ein Auto durchs Bild, da greift man schon wieder zur Fernbedienung und macht das Ganze wieder leiser. Ja, also ich habe normalerweise immer die Fernbedienung bei mir zu Hause zur Hand. Das kann man hier sehr, sehr schön einstellen und ein perfektes Klangerlebnis generieren. Und wir beide genießen das gerade schon. Ich habe uns jetzt hier mal ein sehr schönes Video angemacht mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Wir haben schon gesagt, da kann man so ein bisschen ins Träumen geraten. Kann man sich verlieren drin. Aber ganz ehrlich, wenn du nur diese Bilder sehen würdest, würde ich schon sagen, schön. Aber so ein schönes Klangerlebnis dazu wie das, was wir jetzt hier haben mit Stereo Sound. Da kommt man so richtig schön ins Schwärmen, oder? Das macht es richtig schön aus. Die Boxen an sich sind klasse gemacht. Also für den Preisansatz hier war ich selber überrascht. Ich habe auch zweimal nachgesehen, ob ich Ihnen da nichts Falsches erzähle. Wir reden hier von 160, 162 Euro knapp. Und das war natürlich ein richtiges Schnäppchen, behaupte ich. Normalerweise fangen solche Aktiv-Lautsprecher mit den entsprechenden Anschlussmöglichkeiten. Tostling, Coaxial, Bluetooth kommt übrigens dann gleich auch noch zum Tragen. Locker mal um die 200 bis 250, 300 Euro. Also da fängt man normalerweise an. Schöne stabile Holzbauweise, die natürlich auch für das Klangerlebnis entsprechend ausgerichtet ist. Also das ist eine richtige Top-Qualität. Wir haben Höhe, wir haben Bessen, wir haben Tiefe. Alles komplett mit drin. Und selbst wenn Sie sagen, Fernseher mit Kinofilmen, mit Talkshows und so weiter. Alles schön und gut. Ich möchte auch einfach nur mal mein Handy beispielsweise anschließen. Oder die Musik von meinem Laptop abspielen, alles was Bluetooth-fähig ist. Dann machen Sie auch das. Und ich habe den neuen Uhrwurm versprochen, den mache ich gleich mal an hier. Nein. Ich bin gespannt, was du uns präsentierst. Aber schon allein die Optik. Du hast es ja gerade gesagt, Soundbars sind ja auch letztlich Geschmackssache. Ich mag diese klassischen Lautsprecher. Heißen ja auch Regallautsprecher. Ich würde mal vermuten, weil sie auch so schön in so ein Regal reinpassen würden. Hier in unser Schrank, in unser Regal, würden die auch sehr, sehr schön reinpassen. Sie müssen sich sehr harmonisch hier ins Bild einfügen. Und natürlich macht das auch was her, wenn du so einen schönen Fernseher hast, der dann auch nochmal umrahmt wird von diesen Boxen, wie wir es jetzt hier haben. Also für diejenigen, die auch auf Optik setzen, eine sehr, sehr tolle Sache. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo also ein vernünftiges Lautsprecherpaar so ungefähr diese Höhe hatte vom Boden her. Die waren also 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch. Ja. Das heißt, man hatte so einen halben Kühlschrank einmal rechts und links daneben stehen, im übertragenen Sinne. Ich bin ganz Mann, mir hat es gefallen, ja. Aber die kleinen Boxen jetzt hier in dieser tollen Holzbauweise sind natürlich dann doch ein bisschen dezenter und vielleicht auch für Ihre Einrichtung genau das, was Sie gesucht haben. Wollen Sie ein Ohrwurm mal hören? Ja, habe ich vor kurzem entdeckt, als ich beim Sport war. Schalten wir jetzt ganz einfach mal um auf den guten Dermond Kennedy. Pass auf. So, und die machen wir ruhig mal ein bisschen lauter. Mach mal ein bisschen lauter, damit wir auch da mal hören, wie das mit den Pässen und mit dem Klangerlebnis kommt. Schön. Wacht auf den Treffer. Ist gut, oder? Ja. Stell ich mir guten Morgens vor, wenn du das fertig machst. Ja, ja. Wie viel wird es? Toll. Das ist ein schöner Sound. Super, oder? Also es hat auch so ein bisschen was raumerfüllendes, obwohl wir ja gar keinen Raum hier haben. Wir sitzen direkt davor, ja. Toll. Vorwurm. Das war so Sport, oder? Ja. Also das ist wirklich schon ein richtiges Klangerlebnis. Wie gesagt, ich sitze hier vor der einen Box, Rebecca sitzt vor der anderen. Sie kennen das, normalerweise ist mal so ein Meter oder zwei Abstand so eigentlich so das, was man eigentlich haben möchte, um dieses Stereoklangerlebnis zu haben. Wir haben sie aus Platzgründen jetzt relativ dicht zusammengestellt, auch mal neben dem Fernseher, damit sie mal so dieses Gesamtpaket sehen können. Die reichen also auch nochmal locker Meter 50, zwei Meter weiter auseinander, je nachdem wie viel Platz du hast, wo du sie hinstellen möchtest. Man kann natürlich auch noch Standfüße drunter setzen, wenn man das möchte. Also so, ganz so wie es bei Ihnen eben zu Hause passt. Die Kabellage, alles das, was Sie brauchen, um beispielsweise auch Ihre HiFi-Geräte und so weiter anzuschließen, ist hier bereits schon im Lieferumfang enthalten. Und ich bin sehr angetan davon. Ich muss sagen, also für den Preis denke ich ernsthaft selber drüber nach. Ich habe so eine kleine Bluetooth-Box bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Das heißt, die Musik kommt immer aus einer Ecke. Das ist es nicht. Also ich bin ganz begeistert hier von dem Klang, muss ich echt sagen. Bei mir ist es wichtig, wenn ich in Lautsprecher investiere, in nochmal ein extra Lautsprecherpaar, dann muss es auch ein guter Klang sein. Und den haben wir hier auf jeden Fall. Also es ist Wahnsinn, was da rauskommt. Auch an Power aus diesen doch relativ kleinen Boxen, die aber doch was hermachen. Einfach klanglich wie optisch. Wir haben eine Spitzenleistung von 200 Watt. Also wenn Sie wollen, da kann man dann definitiv mal ein bisschen aufdrehen. Wenn Sie mal eine Party feiern oder vielleicht mal am Weihnachten oder vielleicht am Silvesterabend ein bisschen lauter machen wollen, geht das natürlich auch. Wie gesagt, die passende Fernbedienung ist mit dabei. Sämtliche Einstellungen, die Sie vornehmen möchten, nehmen Sie ganz bequem vom Sofa oder von Ihrem Lieblingsplätzchen aus vor. Auch das Umschalten zwischen den einzelnen HiFi-Geräten, wenn sie verbunden sind, lässt sich ganz einfach hier über das Steuerkreuz regeln. Das ist wirklich selbst erklärt. Das haben Sie in einer Minute locker raus. Und ich bin echt begeistert von diesem Klangpaket hier. Ist ein richtiger Genuss. Cool. Also das ist wirklich für jedermann, jeder Frau hier wirklich wunderbar, weil Sie damit nochmal Fernsehen auf einem ganz anderen Level erleben können. Musik ganz neu erleben können, wenn Sie die entsprechende Qualität haben, Klangqualität vor allem auch. Und das hier zum Hammerpreis. Lassen wir uns mal drüber sprechen. 161,49 Euro. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Natürlich schön für Ihr eigenes Zuhause, für Sie selber mal eine schöne Geschenkidee oder auch eine Geschenkidee für jemand anderen in der Familie. Hier für Sie jetzt in der Premiere, in der TV Premiere. Sie gehören zu den Ersten, die diese Lautsprecher jetzt sehen dürfen, erleben dürfen vom Klang her. Ich kann Ihnen sagen, jetzt eins zu eins hier vor den Lautsprechern. Das ist wirklich ein sehr, sehr klarer, schöner Sound, jeder hier rauskommt. Die Bestellnummer ist die ZX3313 und die 569. Bitte nicht vergessen, damit sichern Sie sich den TV-Sonderpreis. Und ich finde, das ist jetzt eine gute Atmosphäre, um jetzt mal die Sendung abzuschließen und zu genießen. Ja, absolut. Also das kann man wirklich nur genießen. Dieses Klangpaket ist großartig. Die Beste, die kommen satt rüber, die Höhen sind klasse, die Mitteltöner sind super. Also egal, was Sie machen, ob Sie einen Film gucken, ob Sie einfach nur mal Musik hören möchten oder einfach nur mal schön genießen wollen mit ein paar schönen, sanften Klängen im Hintergrund. Genau auf sowas haben Sie gewartet. Wir wünschen Sie sehr viel Freude damit und die werden Sie garantiert haben. Ja. 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 Ja.